Matthias Büger hat das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Falls Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann bedeutet sie das Recht darauf, den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen. Dieser Satz stammt von George Orwell, ist aus Animal Farm. Er steht vor dem Hauptgebäude der BBC in London, und wir als Freie Demokraten nehmen das aus unserem Leitsatz. Auch das hat Grenzen wie alles, und die Grenzen stehen im Gesetz. Natürlich gilt ein solcher Satz auch für Hochschulen. Zum konkreten Thema Wissenschaft noch ein Hinweis, Herr Grumbach. Wissenschaft ist nicht die Ansammlung von Fakten, wo man immer nur mehr entsprechend dazu macht, sondern Wissenschaft ist, das hat uns Thomas Kuhn in seinen revolutionären Gedanken des letzten Jahrhunderts klargemacht, sondern der Wettstreit konkurrierender Ideen, die im Übrigen auch gegenseitig behaupten, sie seien gar nicht ausreichend belegt. Auch das gehört dazu. Deshalb ist der freie Austausch von Theorien, von Thesen, von Meinungen konstituiv für eine Hochschule. Das ist einfach hier festzustellen. Nun zur AfD, die diesen Setzpunkt beantragt hat. Die AfD hat nicht nur Meinungen an der Grenze des gesetzlich Zulässigen, wenn ich an den Flügel denke. Die AfD verharmlost nicht nur im deutschen Namen begangene Verbrechen. Ich denke nur an die unsäglichen Worte von Herrn Gauland. Da, wo die AfD Mehrheiten stellt oder das Umfeld, das sich zur AfD bekennt, Querdenker, Pekita und Ähnlichem, da lässt die andere Meinung eben gerade nicht zu. Dort, wo die AfD argumentiert, stellt sie doch den Diskurs gerade in Abrede. Verschwörungstheoretiker sind ein typisches Beispiel. Deswegen, meine Damen und Herren, die AfD ist kein Verteidiger der Meinungsfreiheit, sondern sie ist eine Gefahr für dies. Die AfD will für sich das Recht, ihre Meinung zu sagen. Sie tritt aber nicht für das Recht, andere ein, ihre Meinung zu sagen. Deswegen ist sie mindestens so intolerant wie die, denen sie hier Intoleranz vorwirft. Sie sind an dieser Stelle ein Wolfs- und Schafspelz und nicht das Opfer in dieser Debatte. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Nach diesem klaren Punkt, aber nun insoweit zur Sache, dass ich sage, es gibt hier durchaus eine Sache und eine Sachfrage. Frau Eisenhardt, mir kam in Ihrem Wortbeitrag auch Herr Falk das ein bisschen zu kurz. Lassen Sie mich zitieren aus einer kürzlichen Studie im Oktober 2020, Studie von Revers und Traunmüller, hier über die Universität Frankfurt. In dieser Studie heißt es, ich darf zitieren, ein Drittel der befragten Studierenden vertritt ungern offen seine Meinung zu kontroversen Themen in den Veranstaltungen. Ein Viertel der Studierenden geben an, sie seien schon einmal persönlich angegriffen worden, weil sie eine unpopuläre Meinung vertreten hätten. Ungefähr ein Drittel ist dafür, Bücher aus den Bibliotheken zu nehmen, Bücherentfernungen. Das erinnert mich an allerschlimmste Tage, die wir haben. Über die Hälfte der Studierenden sind der Meinung, dass Menschen, die einen kontroversen Standpunkt vertreten, nicht an den Universitäten lehren sollen. Letzter Datenpunkt, zwischen einem Drittel und der Hälfte der Studierenden würde keine kontroversen Gesprächspartner an Universitäten erlauben. Wir als Liberale finden das alarmierend. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, DIE LINKE, vereinzelt SPD und DIE LINKE Das Ganze ist natürlich, wenn Sie die Spitze des Eisbergs sehen, dann sehen Sie die Veranstaltung, die Ausladung von Christa Lindner in Hamburg, die Störung um ehemaliger Bundesminister de Maizière an der Universität Göttingen, Frau Prof. Susanne Schröter. Ich war bei der Veranstaltung. Ich weiß, ob sonst noch jemanden da war, aber ich war bewusst dort, um Sie auch zu unterstützen durch meine Anweseneinheit als Abgeordnete zum Thema Kopftuch an der Uni Frankfurt. Diese Verhinderung von Veranstaltungen folgt einem Muster. Es kommt erstens der Hinweis, dass zur Meinungsfreiheit das Recht auf Widerspruch gehört. Im Übrigen absolut korrekt gehört dazu. Zweitens kommt dann die Verhinderung der Meinungsäußerung des anderen durch Niederbrüllen, Sitzblockaden, Störungen der Veranstaltung. Das halte ich schon nicht mehr für korrekt. Zuletzt kommt dann die Nutzung der Ankündigung von Gewalt, um die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen abzusagen, und waren wir im Übrigen auch schon Opfer davon. Deswegen kann ich an dieser Stelle feststellen, es gibt kein Recht, eine Meinung unwidersprochen stehen zu lassen. Keines. Es gibt aber auch kein Recht, andere Denk- und Redeverbote aufzulegen. Diese beiden Punkte gehören zusammen, definitiv. Da das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit schon mehrfach zitiert wurde und Herr Falk von Ihnen gelobt, und das unterstütze ich ausdrücklich, dann darf ich auch daraus zitieren. Dieses Netzwerk Wissenschaftsfreiheit sieht Forschung und Lehre von Cancel Culture und Political Correctness bedroht. Darunter sind Persönlichkeiten wie der Rechtsphilosoph Reinhard Merkel, der immerhin auch lange dem Deutschen Ethikrat angehört hat. Ich glaube, wir sollten uns hier einig sein, nur weil die AfD dieses Netzwerk für ihre Zwecke missbraucht, sollten wir diese Aussagen nicht ignorieren, und dürfen wir sie nicht ignorieren. Lassen Sie mich noch hinzufügen. Bernhard Kempen, der Präsident des Deutschen Hochschulverbandes, sagt, ich sorge mich darum, dass wir ganz allmählich eine Verengung des Diskurskorridors erleben. Das heißt, dass im Bereich dessen, was gesagt werden darf und diskutiert werden kann, immer schmaler wird und dadurch wichtige Impulse und die Auseinandersetzung mit den Rändern wegfallen, Präsident des Deutschen Hochschulverbands. In der Studie von Rivera Straunmüller ist im Übrigen das Problem auch politischen Strömungen zugeordnet. Auch hier zitiere ich wörtlich aus der Studie. Da steht nämlich, bei linksgerichteten Studierenden ist es unwahrscheinlich, dass sie bei den untersuchten Themen kontroverse Redner, Dozierende oder Bücher akzeptieren. Es ist unwahrscheinlich, dass sie sie akzeptieren. Bei rechtsgerichteten Studierenden ist es wahrscheinlich, dass sie sich bei diesen Themen selbst zensieren, also eingeschüchtert sind. Das spiegelt natürlich auch die Mehrheitsverhältnisse an vielen unserer Hochschulen wieder. Deswegen sollten wir hoffentlich hier, und ich habe mir in der Debatte gewünscht, dass wir das gemeinsam feststellen können. Frau Staatsministerin, vielleicht können Sie, Frau Staatsministerin, noch etwas dazu sagen. Es gibt ein Problem des sich verengenden Diskurses an der Hochschule. Frau Eisenhardt, wenn Sie jetzt wörtlich in Ihrer Rede sagen, dass er eine vermeintliche Einschränkung von links ist, dann sind auch Sie auf einem Auge blind. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, Auch im Koalitionsantrag finde ich, Herr Falk, dazu leider nichts. Vielleicht hätte sich die CDU hier auch ein bisschen durchsetzen können. Für das nächste Mal, ich rufe Ihnen einmal zu, mehr Mut an dieser Stelle. Dabei sage ich, Frau Staatsministerin, das ist in Ihre Richtung. Mir ist durchaus klar, ich will Sie auch nicht den Falschen treffen. Diese Problematik ist nicht in erster Linie ein Versäumnis der Landesregierung. Das ist sie nicht. Denn wir haben autonome Hochschulen, darauf sind wir auch stolz, und das wollen wir auch haben. Aber es ist ein gesellschaftliches Problem, das wir auch im Umfeld der Autonomie begegnen müssen, mit dem wir umgehen müssen und das wir insbesondere nicht negieren dürfen. Deswegen fordern wir Freie Demokraten sehr klar. Wir fordern erstens, bitte erkennen wir alle gemeinsam dieses Problem und negieren es nicht, was ich in vielen Reden gesehen habe. Zweitens, bitte überlassen wir dieses Problem nicht der AfD, da ist es falsch aufgehoben, völlig falsch. Drittens, bitte, da wir so die Wissenschaftlichkeit, Herr Kumbach, gelobt haben, untersuchen wir doch dieses Problem umfassend. Vielleicht wird hier eine weitere Studie etwas anderes herausfinden. Vielleicht untersuchen wir dieses Problem einmal wissenschaftlich auch, Frau Staatsministerin, mit Fördermitteln. Wenn sich aber dann die These, die dort drin ist, bestätigt, dann sollten wir auch bitten, dass wir Handlungsoptionen dort haben, wie wir dieser Entwicklung konstruktiv entgegenwirken können. Auch das wäre nötig. Viertens, bitte lassen Sie uns klare Leitlinien für den Umgang mit externen Gruppen diskutieren. Herr Kumbach, auch durchaus Meinungen an Hochschulen, vielleicht auch einmal in Satzungen, was ist eigentlich erlaubt, was ist nicht erlaubt. Das sind transparente Entscheidungsprozesse, die hoffentlich nicht daran hängen, was mir jetzt politisch genehm ist und was nicht. Das geht sicherlich in die falsche Richtung. Denn, meine Damen und Herren, ich hoffe, wir sind uns doch einig, wir brauchen Vielfalt in der Gesellschaft, und wir brauchen auch die Vielfalt gerade an unseren Hochschulen. Deshalb stelle ich fest, die Vielfalt auch an unseren Hochschulen ist unter Druck von beiden Seiten des politischen Spektrums. Die AfD ist kein Verteidiger von Vielfalt. Sie ist ein Teil des Problems. Aber das Problem ist da. Ich sage es hier ganz deutlich. Einer Einfalt von rechts begegnet man nicht mit einer Einfalt von links. Wir müssen nämlich die freie und offene Gesellschaft und auch die freie Wissenschaft gegen extremistische Kräfte von rechts wie von links verteidigen. Es hilft keinem etwas, wenn man immer nur von der einen auf die andere Seite sieht und immer nur auf einem der anderen Augen blind ist. Wie gesagt, Frau Eisenhardt, Herr Falk, ich hätte mir ein paar andere Aussagen einfach neben vielen, die ich bei Ihnen teile, in Ihren Wortmeldungen gewünscht. Meine Damen und Herren, Mahatma Gandhi hat einmal gesagt, jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Wir Freien Demokraten kämpfen für eine Welt in der Hochschule und außerhalb. Wir kämpfen für eine Welt, in der es keinen Mut mehr braucht, das zu sagen, was man für die Wahrheit hält, auch und gerade, wenn es die Mehrheit nicht hören will. – Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Büger. – Das war eine Zu-Null-Landung. Ich darf als letzte Wortmeldung, die ich vorliegen habe, Frau Kollegin Wissler für die Fraktion DIE LINKE zum Pulte bitten. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wissenschaftsfreiheit ist ein hohes Gut. Art. 5 des Grundgesetzes garantiert Sie allen Forschenden und Lehrenden. Trotzdem haben es kritische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vielerorts schwer, weil sie sich mit Kapitalismuskritik und Klimawandel, mit Geschlechterforschung und mit kritischer Theorie beschäftigen. Die neoliberale Umstrukturierung der Hochschulen hat die Spielräume für kritische Forschung eingeengt, auch in Hessen. Der Wettlauf um Drittmittel und prekäre Arbeitsverträge – ja, das sind doch derzeit die wohl größten Hindernisse für die Verwirklichung der Freiheit von Forschung und Lehre. Das sind die wirklichen Probleme, die wir haben, wenn wir über Wissenschaftsfreiheit reden. Doch darum geht es in dem Antrag der AfD natürlich nicht. Sie beziehen sich auf das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit und beklagen die angeblich mangelnde Neutralität in der Wissenschaft und an den Hochschulen. Ihr vermeintlicher Einsatz für Wissenschaft und Meinungsfreiheit ist in Wirklichkeit der Versuch, die Meinungshoheit zu erlangen. Sie wollen das Sagbare immer weiter nach rechts verschieben, und Sie wollen den Widerspruch dagegen diskreditieren. Sie missbrauchen den Begriff der politischen Neutralität, um Ihre Positionen zu stärken. Das Grundgesetz schützt die Wissenschaftsfreiheit, aber nicht vor Widerspruch. Das ist doch auch das Entscheidende, wenn wir über Meinungsfreiheit reden. Man hat das Recht, seine Meinung zu sagen, aber man hat kein Recht darauf, das ohne Widerspruch zu tun. Das gilt auch für die Wissenschaft. Es war doch die AfD, die hier vor einiger Zeit eine Aktuelle Stunde beantragt hat, weil sie das Ergebnis demokratischer Wahlen an der TU Darmstadt problematisiert haben, weil in die politische Ausrichtung der gewählten Präsidentin nicht gepasst hat. Wie passt das denn eigentlich zu ihrem Einsatz für Wissenschaftsfreiheit, dass eine demokratische Wahl einer Wissenschaftlerin im Landtag zum Thema gemacht wird? Dieser ganze Antrag der AfD ist nichts Neues. Die AfD stellt immer wieder in Landesparlamenten und im Bundestag Anträge, die sich gegen die demokratische Verfasstheit von Hochschulen und gegen die Freiheit der Wissenschaft richten. So wie Ihr Antrag Ende letzten Jahres im Bundestag, da haben Sie eine Abschaffung der Frauen- und Geschlechterstudiengänge gefordert, ist natürlich zum Glück abgelehnt worden. Aber genau das machen Sie hier auch dauernd. Dauernd stellen Sie Anfragen zu Studiengängen, die Ihnen nicht passen, zu Kulturinstitutionen, die Ihnen nicht gefallen, erstellen Listen und setzen damit auch die Menschen eine gewisse Gefahr aus, gegen die Sie hier dauernd Stimmung machen. Unter dem Vorwand der angeblichen Wissenschaftskritik will die AfD das Rad der Zeit zurückdrehen, und dahinter steht eben auch das Ziel der extremen Rechten, der neuen Rechten, der Identitären, die Forschung zu Sexismus, zu Homophobie, zu Frauenfeindlichkeit mundtot zu machen. Sie reden von Freiheit, von Wissenschaft und Kultur, aber Sie wollen anders denken einen mundtot machen. Das ist doch, was Sie hier eigentlich wollen, meine Damen und Herren. Ich muss schon ganz ehrlich sagen, auch wenn ich das jetzt so ein bisschen höre, was Sie, Herr Dr. Büger, gesagt haben, aber ich habe irgendwie ein anderes Bild von den Hochschulen. Ich habe schon mehrfach gehört, dass die AfD irgendwie der Meinung ist, das ist alles linksgrün versifft dort und ein ganz schlimmes Klima für Sie. Aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ich habe jetzt noch nicht wahrgenommen, dass die Hochschulen in Hessen jetzt wirklich der Hort des Linksradikalismus wären. Das sehe ich jetzt weder bei den Ergebnissen der Wahlen an den Hochschulen noch bei der Stimmung dort. Ich sehe jetzt einmal ganz ehrlich, aber in den letzten Jahren sind die kritischen Wissenschaften eher verdrängt worden. Es sind betriebswirtschaftliche Steuerungselemente eingeführt worden. Bachelor und Master ist durchgesetzt worden. Es gibt mittlerweile gesponserte Lehrstühle. Ich meine, das ist doch nicht das Klima, das an den Hochschulen herrscht. Ich würde mir mehr studentischen Protest, mehr Studierendenbewegung wünschen. Aber ich meine, weil es dreimal Proteste gegeben hat gegen irgendwelche Veranstaltungen im Bundesgebiet, ich finde, das ist doch wirklich ein ganz schöner Popanz, den Sie hier aufbauen. Es ist nicht so, dass es dort einen linken Mainstream gäbe. Schön wäre es, wenn die christiologischen Wissenschaften dort etwas deutlicher vertreten wären. Aber gerade in den letzten Jahren ist die Tendenz doch eine vollkommen gegenläufige. Da bin ich schon manchmal ein bisschen verwundert, welches Bild hier eigentlich gezeichnet wird. Es ist schon bizarr, dass sich eine Partei wie die AfD hier an die Seite der Wissenschaft stellen will, also die gleiche AfD, die in der Corona-Krise systematisch mit Fake News in sozialen Netzwerken, Verschwörungstheorien verbreitet, über Impfstoffe, über das Robert-Koch-Institut haben Sie heute auch wieder gemacht, über medizinische Forschung. Sie instrumentalisieren Wissenschaftsfreiheit dort, wo es ihnen passt, nämlich um Rassismus, Antifeminismus und antidemokratisches Gedankengut zu verbreiten. Sie kämpfen gegen demokratische Strukturen, gegen soziale Grundrechte, kritische Wissenschaft, wo immer Ihnen das möglich ist. Um es vorsichtig zu sagen, Ihre Einstellung zu Grundrechten, zur Meinungs- und Presse- und Versammlungsfreiheit ist äußerst selektiv. Wenn Ihre Leute oder Pegida-Veranstaltungen anderer stören, haben Sie damit ja nicht so ein Problem. Aber wenn es bei einer Veranstaltung ein paar Zwischenrufe gibt, dann sehen Sie die Meinungsfreiheit in Gefahr. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Ja, es gab Proteste an den Hochschulen gegen Auftritte von Thilo Sarrazin oder gegen den AfD-Gründer Lucke an einigen Hochschulen. Das sind Formen der demokratischen Willensbildung. Das sind Formen von demokratischer Meinungsäußerung. Das ist etwas für die demokratische Kultur an den Hochschulen. Ich lasse hier keine Zwischenfrage der Identitären zu. Das möchte ich gerne nicht. Es ist doch gerade wichtig, dass es Proteste dagegen gibt, dass rechte Positionen gesellschaftsfähig werden. Ich sage Ihnen jetzt noch einmal etwas. Die Hochschulen sind immer wieder mit rechten Kampagnen konfrontiert. In Baden-Württemberg gab es zum Beispiel ein Portal, das unter der Überschrift firmierte Mein Prof hetzt. Mit diesem Portal hat ein AfD-Landtagsabgeordneter Studierende dazu aufgerufen, unliebsame Professorinnen und Professoren zu denunzieren und die mit Namen, Fotos und weiteren Materialien für die potenzielle Veröffentlichung hochzuladen. Das ist, was Sie machen. Was hat das mit Wissenschaftsfreiheit zu tun, Studierende dazu aufzufordern, ihre Professorinnen und Professoren öffentlich anzuschwärzen? In Baden-Württemberg. Ich bin sicher, Sie finden das heraus, Herr Grobe. Es war in Baden-Württemberg. Googlen Sie es einmal. Problematisch an solchen Initiativen ist natürlich, dass so ein Klima der Angst geschürt wird. Ich meine, dass Menschen Morddrohungen bekommen, dass Menschen belästigt und beleidigt werden von rechtspopulistischen und rechtsextremen Akteuren. Deswegen ist eines ganz deutlich. Neutralität heißt nicht, dass menschenverachtende Aussagen unwidersprochen stehen gelassen werden. Gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen alle Formen der Menschenfeindlichkeit einzutreten, das ist wichtig, auch im wissenschaftlichen Diskurs. Da hat die Meinungsfreiheit auch Grenzen, wo es zur Herabwürdigung, zur Beleidigung und zur Bedrohung anderer Menschen wird. Es gehört zur Meinungsfreiheit, dass Sie wissenschaftliche Fakten leugnen können. Es gibt auch Menschen, die an Hochschulen auftreten, die den Klimawandel leugnen und die Gefahr durch Corona leugnen und sonst was. Das können Sie machen, aber dann können Sie nicht erwarten, dass Sie ernst genommen werden und dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wissenschaftliche Fakten negieren, ernst genommen werden und an den Hochschulen eine größere Rolle spielen. Denn wissenschaftliches Arbeiten gehört eben dazu. Die Verleugnung von wissenschaftlichen Fakten ist keine Wissenschaft, meine Damen und Herren. Es braucht kritische Wissenschaften in Forschung und Lehre. Was es nicht braucht, ist eine weitere Instrumentalisierung der Wissenschaftsfreiheit für Angriffe auf die Demokratie an den Hochschulen, für Angriffe auf ganze Wissenschaftsbereiche, wie das die AfD immer wieder macht. – Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. – Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Dorn. Sehr verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich glaube, man kann bei diesem Thema ganz gut einen Bogen zur nächsten Debatte spannen, zur Corona-Debatte, nämlich an einem Beispiel. Ugo Sahin, dem Gründer von BioNTech, der sich schon als Nachwuchswissenschaftler mit der Frage beschäftigte – ich muss das jetzt stark vereinfachen –, wie wir unsere körpereigenen Immunmechanismen zur Abwehr der Krebszellen einsetzen können. Jahre später hat dieses Wissen dazu geführt, dass wir auf eine ähnliche Art und Weise einen Schutz vor einem heimpückischen Virus gefunden haben. Damals war dieses Thema ein echtes Nischenthema. Seine Vision, ein Heilmittel gegen Krebs zu finden, hielten wenige für realistisch. Forschen daran durfte er trotzdem. So ist die Erfolgsgeschichte rund um den deutschen Corona-Impfstoff zugleich ein anschauliches Beispiel für den Wert und die Kraft der Wissenschaftsfreiheit. Was uns die Corona-Pandemie noch vor Augen führt, ist, dass Wissenschaft methodisch gesicherte Informationen und Prognosen zur Verfügung stellen kann. Sie kann die Grundlage von Entscheidungen liefern. Die Entscheidungen selbst, ob und wann etwa Kitas und Schulen in Pandemie wieder zu öffnen sind, liegen bei der Politik. Sie müssen von uns demokratisch gewählten Vertreterinnen und Vertretern getroffen und auch verantwortet werden. Ich betone diese Trennung der wissenschaftlichen und politischen Sphäre, weil sie so wichtig ist für die vom Abg. Grumbach sehr schön aufgeführten Unterscheidungen zwischen Wissenschaftsfreiheit und Meinungsfreiheit. Das sind zwei Begriffe, die so häufig miteinander vermengt werden. Herr Abg. Grobe, Sie haben das heute ganz wild durcheinandergebracht. Erkenntnisse kann die Wissenschaft liefern. Über die Interpretation und die Umsetzung dieser Erkenntnisse muss und soll in der Gesellschaft breit debattiert werden. Eine Meinung zu haben bedeutet allerdings in keiner der beiden Sphären, weder in der Meinungsfreiheit noch in der Wissenschaftsfreiheit, dass man keinen Widerspruch hinnehmen muss. Im Gegenteil. So, wie in der Wissenschaft der Diskurs und der Experten die Urteile schärft, gilt das auch für den demokratischen Diskurs. Scharfe Urteile sollten allerdings bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wie bei den Bürgerinnen und Bürgern nie dazu führen, dass man das Ganze aus dem Blick verliert. Niemand muss sich im Namen der Wissenschaft beleidigen lassen, im Namen der Meinungsfreiheit übrigens auch nicht. Nun hat jeder Mensch das Recht, ihre und seine Fragen an unsere Gesellschaft zu stellen. Die Hochschulen sind ein natürlicher Ort für diese Diskussionen. Debatten, ja, und auch Proteste sind ausdrücklich erwünscht, und selbstverständlich nur dann, Herr Kollege Büger, wenn sie auch friedlich sind und bleiben. Das ist ganz wichtig. Idealerweise sind sie dazu noch intellektuell begründet, haben das Ziel, sich am Ende auf einen gemeinsamen Standpunkt zu verständigen. Denn wo sonst als in den Hochschulen sollten junge Menschen lernen, dass komplexe Themen, wie man sie methodisch analysiert, wie man auf ihrer Basis eine reflektierte Meinung bildet, wo sonst sollten sie lernen, wie man zwischen der wissenschaftlichen Erkenntnis auf der einen Seite und der individuellen, politisch bestimmten Meinung auf der anderen Seite unterscheidet. Das sind die Hochschulen. Da gebe ich dem Kollegen Büger und den anderen vollkommen recht. Das haben aus meiner Sicht alle deutlich gemacht. Es gibt Momente, in denen das nicht funktioniert. Ja, es gibt Probleme von beiden Seiten. Das haben die Abgeordneten aus meiner Sicht aus fast allen Fraktionen deutlich gemacht. Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Internet verleumden werden, wenn Hörsäle besetzt werden, wenn Veranstaltungen verhindert werden, dann ist jeder Fall für sich inakzeptabel. Sie wissen, dass ich bei entsprechenden Einschüchterungsversuchen immer wieder entschieden entgegengetreten bin und dass ich es auch weiter genauso jederzeit tun werde. An einer Stelle habe ich die Abg. Eisenhardt so verstanden, dass wir im Moment noch eine Steigerungsstufe erleben. Wenn ich mit den Virologinnen und Virologen in diesem Bundesland in Kontakt bin, dann reden wir über Morddrohungen. Die Morddrohungen, die wir erleben, kommen in großen Teilen aus der rechten Szene. Ich glaube, das war das, was auf die Abg. Eisenhardt bezogen hat. An der Stelle haben wir wirklich eine neue Dimension, die uns in großen Teilen gemeinsam erschüttert und denen wir uns besonders stark entgegentreten müssen. Ansonsten bin ich auch der Meinung, in den meisten Fällen kommen die Hochschulen sehr gut mit ihrer Autonomie, mit diesen Fällen selbst zurecht. Das haben sie oft bewiesen. Ein freier, ein offener und potenziell auch öffentlicher wissenschaftlicher Diskurs ist ein hohes Gut, den es zu verteidigen gilt und der nicht durch Selbstzensur beschnitten werden darf. Was setzt ein solcher Diskurs voraus? Er setzt voraus, dass man aufgeklärte Akteurinnen und Akteure hat, dass man auch Widerspruch aushalten möchte und kann, dass man sich nicht in seine eigenen affirmativen Blasen zurückzieht und der Meinung ist, dass man ohnehin Selbstrecht hat. Es benötigt wirklich Diskursräume und eine Fähigkeit miteinander fair, um die besten Ideen zu ringen. Das haben alle sehr schön herausgearbeitet. Jetzt sind wir nicht einmal einer der drei Punkte dieser Debatte, nämlich der Frage, warum gerade die AfD diese Debatte führen möchte. Wissenschaftlicher Diskurs geht für die AfD immer nur dann, wenn ihr der Inhalt gefällt. Wenn nicht, wird eine andere Meinung schon einmal als Diffamierung herabgewürdigt. Oder der Forschungszweig soll gleich am besten ganz abgeschafft werden. Wie sonst, kann ich mir erklären, Ihre fast schon obsessive Ablehnung von Genderforschung? Was haben Sie eigentlich dagegen bei der Genderforschung, wenn man danach sucht, warum in MINT-Bereichen so wenig Frauen vertreten sind? Was stört Sie eigentlich daran zu untersuchen, warum 62 % aller Menschen, die in Deutschland ohne Schulabschluss bleiben, männlichem Geschlecht sind, aber nur 38 % der Frauen oder Mädchen? Was stört Sie denn eigentlich daran? Das ist Wissenschaft. Wer die systematische Ungleichbehandlung der Geschlechter bekämpfen will, das ist Dogmatik. Das ist genau das Problem, was Sie jetzt gerade sagen. Danke für diesen Zwischenruf. Das ist Wissenschaft. Das zu versuchen, zu ergründen, die Ursachen dafür. Aber Sie wollen nicht, dass die Wissenschaft diese Missstände beschreibt, weil Sie in Ihrem zementierten Gesellschaftssystem bleiben wollen. Deswegen wollen Sie die ganzen Forschungsbereiche am liebsten abschaffen und Ihnen die Förderung komplett kürzen. Das ist das Gegenteil von Wissenschaftsfreiheit. Sie greifen ein in die Wissenschaftsfreiheit. Der Abg. Dr. Falk hat gerade wunderbar, weil uns glauben Sie das ja nicht, aber das Netzwerk, das Sie genannt haben, das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, hat Ihnen das auch bezüglich des Abg. Till Schneider sehr deutlich gesagt. Für mich ist es so, wenn sich die AfD hier im Plenum als der Verteidiger der Wissenschaftsfreiheit erklärt, dann ist es ungefähr so, wie wenn ein Schaf dasteht, der Wolf kommt und sagt, übrigens, ich bin Veganer, und ich schütze dich vor all den Raubtieren. Genau das ist das Gleiche, wenn Sie an dieser Stelle die Wissenschaftsfreiheit verteidigen. Um noch ein weiteres Beispiel zu Ihrer Wissenschaftsfreiheit zu nennen. Wir hatten die letzten Haushaltsanträge. Was wollten Sie abschaffen? Die gesamte Internationalisierung der hessischen Wissenschaftssysteme. Sie haben es abgeschafft. Das ist ein erschütterndes Wissenschaftssystem. Sie haben es glücklicherweise nicht abgeschafft, weil Sie keine Mehrheit haben, aber Ihr Antrag wollte die Internationalisierung streichen. Das zeigt, wie wenig Sie verstanden haben, dass wissenschaftlicher Austausch schon immer ein intellektueller Austausch über Kulturgrenzen hinweg war, über Ländergrenzen hinweg war. Das muss man ganz einfach so machen. Vielleicht ist es dann verständlicher. Der Corona-Impfstoff, den wir jetzt haben, kommt zum einen von Biontech aus Deutschland und zum anderen von Pfizer aus den USA, weil die über Ländergrenzen hinweg zusammengearbeitet haben. Deswegen müssen wir die Internationalisierung stärken, Herr Abg. Grobeschott. Sie reduzieren, wie Sie es wollen. Als Wissenschaftsministerin ist es meine Aufgabe, die Hochschulen genau vor solchen Grenzüberschreitungen zu beschützen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen frei von Sorge, frei von Sorge vor Verfolgung, vor Benachteiligung sein, dass sie frei sind, darüber entscheiden zu können, was sie erforschen, mit welchen Methoden sie es erforschen, wie sie es unter den ethischen Rahmenbedingungen veröffentlichen, und ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse müssen sie dann im wissenschaftlichen Diskurs behaupten. Wenn Sie das tun, dann werden vielleicht aus Ihren Ideen am Ende die großen Innovationen von heute, von morgen und von übermorgen, und genau das stützen wir als Landesregierung. Genau das wollen Sie leider in vielen Bereichen verhindern. Insofern ist es gut, dass wir diesen starken Diskurs heute geführt haben, aber von Ihnen hätten wir diesen Diskurs nicht gebraucht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. – Nächster Redner ist der Kollege Gernot Grumbach für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Schenken Sie mir einmal 1,5 Minuten. Ich glaube, man kann relativ deutlich machen, wie das mit der Wissenschaft so sein kann. Der von mir sehr geschätzte Kollege Büger hat eine Studie zitiert. Ich habe versucht, sie schnell nachzulesen. Die Wissenschaftler, die die Studie aufgestellt haben, reden darüber, dass ein bestimmter Prozentsatz sagt, die sollen nicht an der Uni reden, wenn sie bestimmte Positionen vertreten, deren Bücher sollen verbannt werden, oder sie sollen nicht lernen dürfen. Das Problem ist, sie haben das nicht gefragt, sondern sie haben andersherum gefragt. Sie haben gefragt, ob eine Person, der glaubt, dass der Islam unverträglich mit dem westlichen Leben ist, an der Universität reden dürfen. Sie haben 90 % Ja gesagt. Sie haben gefragt, ob jemand mit dieser Position lehren können. Sie haben 32 % Ja gesagt. Sie haben gesagt, ob die Bücher in der Bibliothek entfällt werden. Sie haben 78 % Nein gesagt. Worauf ich heraus will, ist, dass ich gar nicht weiß, wie die Fragen anders ausgegangen wären. Das ist nicht mein Problem. Aber die steile These aufzubauen auf einer gegenteiligen Interpretation der Fragen, die man macht, ist sozialwissenschaftlich, mit Verlaub, nicht besonders seriös. Wie gesagt, es kann gut sein, dass Sie bei dem Gegenteil, dass Sie bei den gegenteiligen Fragen das herausgekriegt hätten, was Sie behauptet haben. Aber es gibt einen klaren Unterschied zwischen der Behauptung und den Fragen, die Sie gestellt haben. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Grumbach. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Grobe. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Sechs Punkte. Der Dringliche Entschließungsantrag von CDU und GRÜNEN sagt genau das Gegenteil von dem aus, was das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit fordert. Dieses Netzwerk fordert nämlich, Denkräume frei von Ideologisierung, frei von Moralisierung zurückzuerobern. Sie von der CDU und den GRÜNEN sprechen aber davon, dass Wissenschaftler angeblich aus der schwörungsideologischen Richtung eingeschüchtert werden. Das ist aber genau das Gegenteil. Die grünen Linken sind es nämlich, die mit ihrer Cancel Culture und die anderen, die Wissenschaftler, einen schüchtern. Es zeigt sich, dass nur noch die AfD für die Freiheit von Forschung und Lehre sich einsetzt, zumal sie wieder reine Trittbettfahrerei begehen, sonst hätten sie diesen Antrag nicht gestellt. Zweitens. Genderforschung erfüllt unseres Erachtens nicht den Anspruch von Wissenschaftlichkeit. Sie ist nämlich vielmehr eine quasi-religiöse Dogmatik, eine linke Dogmatik, die unnötig Störjagelder verschlingt. Das Geld wäre besser in den MINT-Fächern aufgehoben. Frau Dorn, bestreiten Sie eigentlich die Existenz von veganen Wölfen? Herr Gumbach, Sie zitieren Rosa Luxemburg. Luxemburg hat sich aber klar auf ihre eigene Denkrichtung, also den Kommunismus, bezogen und nichts anderes. Sie müssen immer den zweiten Satz auch mitlesen. Bitte, das wäre immer sinnvoll. Viertens. Herr Dr. Büger, ich weiß nicht, wo die AfD andere Meinungen beschnitten hätte. Wir wollen den Diskurs, aber das scheint nicht von den anderen Fraktionen gewollt. Warum ist klar? Wir haben die besseren Argumente. Fünftens. Frau Abg. Wissler, ich wusste nicht, dass Klimaforschung unterfinanziert wäre. Was menschenverachtend ist, das bestimmt anscheinend nur noch die ehemalige SED. Noch einmal zu Frau Ministerin Dorn. Sie sagten gerade, dass wir gegen Gentechnik seien. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir sind für Gentechnik, aber gegen Gender-Gaga. Impfkritiker kommen übrigens vor allem aus der grünen Sphäre. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Grobe. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Büger. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich hatte eigentlich gedacht, in der Debatte wären die Punkte klar geworden und wäre alles gesagt worden. Aber die beiden letzten Beiträge kann ich nicht unwidersprochen stehen lassen. Herr Grobe, ich glaube, wir wissen alle in diesem Hause, wie Sie es mit abweichenden Meinungen nehmen. Damit sehen wir auch schon, wer nicht mehr Ihrer Fraktion angehört, weil er vielleicht andere Meinungen hat. Das steht hier fest, und darüber brauchen Sie gar nicht irgendetwas anderes zu behaupten. AfD und Meinungsfreiheit, das passt definitiv nicht zusammen. Herr Kollege Grumbach, da ich Sie sehr schätze, möchte ich Ihnen an dieser Stelle antworten. Ich habe aus einer Studie zitiert. Sie machen jetzt hier eines. Sie vermischen auch Politik und Wissenschaft. Das ist eine wissenschaftliche Studie, die im Übrigen groß berichtet worden ist im Unireport. Ich kann es Ihnen auch noch einmal zeigen. Auch dort ist es durchaus strittig. Es gab auch einen Wissenschaftler, der andere Thesen vertreten hat. Das ist eine Studie, die eine entsprechende Aussage hat. Diese Aussage scheint Ihnen nicht zu passen, weil Sie sagen, um Gottes Willen, weil nicht sein kann, weil es nicht sein darf. Von links darf Diskurs nicht verkürzt werden. Jetzt ist eine Studie, die genau das über eine hessische Hochschule sagt. Im Übrigen sage ich nicht von dieser Stelle, ja, das stimmt, sondern ich sage, bitte schön, das sollten wir wahrnehmen, genauso wie wir Studien zu Gender Studies, wie wir Studien zum Klimawandel, zu ähnlichen Dingen wahrnehmen und wägen sollten. Da tun Sie es auch. Oh Gott, die passt mir nicht entsprechend in mein Weltbild, deswegen nehme ich sie in die Fahrt. Ich bitte Sie wahrnehmen. Dann bitte ich, noch einmal darauf zu achten, was ich hier vorhin im Namen der Freien Demokraten gefordert habe. Ich habe nicht gesagt, diese eine Studie ist da, so ist die Welt, und deswegen muss ich etwas ändern. Ich habe gesagt, ich bitte, weil wir diesen einen Datenpunkt haben, den ernst zu nehmen, und vielleicht einmal, Frau Staatsministerin, vielem konnte ich zustimmen, aber da haben Sie nicht zugesagt, ein paar Fördermittel, nicht nur für die von Ihnen erwähnten Bereiche, sondern auch in diesen Punkt einzusetzen, um einmal, wenn Ihnen dieser eine Datenpunkt nicht genügt, und es ist in Ordnung, dass er Ihnen nicht genügt, einmal weitere Studien zu machen, ob es eine solche Verkürzung des Dialogs vielleicht von der linken Seite gibt. Diesen Datenpunkt haben wir hier klar an dieser Stelle. Ich glaube, das ist genau das Richtige, denn ich denke auch eines. Es hilft doch nichts, wenn wir quasi sehen, dass hier eine bestimmte Gruppe auf einem Auge blind ist. Dann sollten wir dem nicht begegnen, indem wir den blinden Fleck auf die andere Seite legen, sondern wir sollten insgesamt sehen, dass wir möglichst freie Hochschulen haben, mit denen man frei diskutieren kann. Für diese Freiheit treten wir Freie Demokraten ein. Es hilft nichts, wenn wir quasi sagen, die einen von rechts wollen den Diskurs verkürzen, die anderen von links wollen. Wir brauchen überhaupt keine Verkürzung des Dialogs. Da müssen wir hinkommen. Das war entsprechend mein Punkt. Vielen Dank. Danke, Herr Dr. Büger. – Nächster Redner ist der Kollege Lichert. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dann ist es doch schön, dass wir hier offenbar alle Freunde der Freiheit sind. Aber dann haben Sie eine Chance verpasst, nämlich ganz klar zu sagen, dass Cancel Culture an den Orten der geistigen Freiheit nichts zu suchen hat. Wirken Sie doch auf alle Kräfte an den Universitäten ein. Dass es natürlich den Widerspruch geben darf und natürlich auch Proteste. Aber das Verhindern von Vorlesungen, Veranstaltungen, das Sprengen von Podien ist einer Demokratie absolut unwürdig. Warum sagen Sie das nicht so klar? Warum nicht? Wie viel Culture wurde denn in Hessen schon von AfD oder sonstigen Rechten gecancelt? Ich will nicht schönreden, wenn irgendjemand bedroht wird. Das geht sowieso gar nicht. Aber was passiert denn tatsächlich, wenn davon geredet wird, dass hier ein Popanz aufgeblasen wird? Ja, da haben wir wirklich eine beeindruckende Demonstration eines Popanz. Herr Müller, Sie haben sich ja so gefreut, dass ich hier auch noch einmal ans Mikro gehe. Genau, weil das Wechsel wirkt auch mit dem Thema Freiheit der Debatte. Wenn meine Argumente aus Ihrer Sicht so schlecht sind, dann lassen Sie mich doch einfach. Lassen Sie doch die Meinungen, die Sie so unerträglich finden, zu. Jetzt sind wir wieder beim gleichen Punkt. Öffnen Sie die Räume für die Debatte und verurteilen Sie jede Form von Cancel Culture. Diese Chance haben Sie heute verpasst. Schade. Vielen Dank, Herr Kollege Lichert. Nächster Redner ist der Kollege Grumbach. Alles gut. Wir sind uns in der Frage der Wissenschaftsfreiheit einig, und die Kampfbegriffe der Rechten müssen wir nicht benutzen. Ich wollte auf Herrn Büger noch einmal antworten, weil der spannende Punkt ist, mir ging es gar nicht darum, Sie zu kritisieren, sondern mir ging es darum, dass es ganz wichtig ist, bei solchen Sachen die Originaltexte zu lesen. Ich habe aus der Studie selbst zitiert. Sie ist beim Springer Verlag erschienen. Sie können sie dort nachlesen. Dort ist beschrieben, welche Fragen die gestellt haben. Darum ging es mir. Mir geht nicht. Ich bin nicht einmal sicher, was das Ergebnis wäre, wenn man anders herum gefragt hätte. Aber mir ist es ganz wichtig, dass wir selbst bei Wissenschaft als kluge Menschen einen Moment nachgucken, was sie getan haben und wie viel das wert ist. Das ist sozusagen unser Denkvorgang. Mehr ging es mir nicht. Wir werden dem Antrag der FDP selbstverständlich zustimmen. Wir sind uns da einig. Aber seien Sie vorsichtig, wenn Leute etwas behaupten, was in ihrer eigenen Untersuchung nicht gedeckt ist. Das ist schon wieder ein Problem. Vielen Dank, Herr Grumbach. Wir sind am Ende der Aussprache zu § 53, 93 und 97. Ich gehe davon aus, dass wir alle drei in den WKA überweisen, oder soll der Dringliche Entschließungsantrag nachher abgestimmt werden? Das machen wir alle drei in den WKA. So machen wir es.